Wenn es draußen ungemütlich wird, dann sollten Sie es sich drinnen so richtig kuschelig machen. Nach einem anstrengenden Tag schlüpfen Sie einfach in den super weichen Hausanzug aus hautfreundlichem Mikropolarvlies und der Gemütlichkeit sind keine Grenzen mehr gesetzt. Der Hausanzug hat eine flauschige Kapuze. Das ist genau das Richtige, um nach einer warmen Dusche auf dem Sofa zu entspannen. Das Oberteil mit dem Zwei-Wege-Reißverschluss und die Hose mit dem Tunnelzug lassen diesen Hausanzug in Marine mit den reizvoll kontrastierenden Paspeln zu einem praktischen und schicken Hausfreund für entspannte Momente werden. Suche Frau für bequeme Stunden Untertitelung des ZDF für funk, 2017